Nächste Engel von der Thema, dass wir Vater und Mutter verlassen, und das sagt die Erziehung an die Kinder als ein Mensch. Das erste, weil ich sage, das ist eine große Verantwortung für uns als Eltern, an die Kinder abzutragen an dem Haar. So, das wird wir in dieser Verse viele Städte lernen, dass wir selber an die Kinder abzutragen in der Zucht und der Mahnung zum Herrn. Und dass wir wirklich an die Kinder auch nehmen, als Geschenke von Gott, was Gott uns anvertritt hat, dass wir den Kindern in den Start geben, auf diese Welt vorig zu werden, und auch auf die Selbstständigkeit gelegen, dass wir von Jungen an diese Erziehung, diese Abzutragen geben, was der Lothar war, zu helfen Gott, Jan Ewa, zu folgen und zu gehen, und Juhurzum zu sagen, ansteunen. So, das ist eine Verantwortung, was du und ich als Eltern haben, an sie Dinge zu lernen. Die Plan Gottes, was wir in Colossal 3 haben, wie ich die Verklasse oder die Verklasse von Reden hatte, und da hat uns eine Tied aus, was trakend hat, da hat uns ein Rache Plan, was er uns geändert hat. Und da sagt er, dass die frühe Selle den Mannen ungedeht, seine soß am Herrn. So, wir finden viele Städte, wo das sagen hat, die frühe Selle ungedeht, seine soß am Herrn, oder an dem Herrn, beides. So, hier hat er diesen Plan, was wir verstanden haben, dass Gott erst immer uns alle, dann hat er Jesus geschickt, was er alle Gewalt gejift hat, alle Kraft gejift hat, und Jesus wird direkt in den Himmel, und er schickt uns das in Heiligen Jes, wo er wie nun geläht und geführt worden. Und dann hat er die Mannen verabgift, dass ein Anleiter eine Familie, vor sich hängt, und da soll die frühe Ungedeht sein, und da soll die frühe Ungedeht sein, und da soll die Mannen soß, und da soll Gott. So, das meint nicht, dass nicht die Mannen Gott ist, die frühe. Das meint, auf dem Weg, wo die Mannen Gott ungedeht ist, oder sogar die frühe Gott ungedeht ist, auf dem selten Plan, auf dem selten Weg, soll die frühe die Mannen ungedeht sein. So, hier muss ich wahrerdenken, die Verantwortung ist, dass wir wirklich an dieser Zeit sind, wo wir kennen seien, wir sind an dem Hörn, oder wir sind unter dem Hörn. Und so kriegt man an die Kinder. An die Kinder haben wir die Tüte, die in den Ausstellungen sind, wo wir nicht alles verstehen können, da haben wir uns als Älteren die Aufgabe gegeben, die Verantwortung gegeben, er zu helfen, uns gehörsam zu sein, so dass wir ganz sicher wollen haben, wo sie alle Ewagunden und Gott von sich gerettet werden. So, das bringt uns Pläne zu sein, von jung auf an, was wir Kinder haben, dort wir den an den Hörn abträten. Und dann sagt es, Männer, leif jene Frühjahrs und sieht nicht better jene. Das ist der Nächte in der Pfarrerischen Kolosser 3. Da sagt es, leif jene Frühjahrs und sieht nicht better jene. Okay, was von der Mordbrück wird um die Früh leiven, es war er je best und wo Jesus mir je leift hat, dort ist auf dem Weg wird auch wel immer meine Leib nur die Früh geben. Und hier fingen wir so eine feine Biespale, was Jesus je brucht hat, an dem Testament, an der Bibel, dass er wirklich das eigene Leben verglücklich hat mit uns Christenleben oder mit uns Himmelschen Leben. Doch man hat das verglückt und das passt so fein top, dass so ist Jesus zu der Gemeinde, so soll der Mann zu der Früh sein. So in Jesus sein Hauptprinzip, sein Hauptpunkt, als diese Leib zu eiven an seine Gemeinde und das ist was mir als Mann, das Hauptpunkt, das meine Früh wirklich zu leben, so ist Jesus mir leibet hat und nicht better sein, die. Und weißt du, Lied, das wo ich von rede, wie fingen so viele Menschen die zwischen diese eigenen Lied, die sind better und einander. Du hast diese Tede, die Leinke, die sind nicht top. Die sind Zweierreden. Und das hat ein größer Poet mit zu tun, dass die Mann niemals losge Leute von den Älteren Er hat nach einem mit seinen Voraus in die Arme in seine Früh. Er hat noch nicht losge Leute von jahnd und versägt mit der Früh taub zu leben und die Früh so anzustellen, als he von Tüß fast geholen hat. Von Tüß geliebt es. Was hat geliebt? Wahrscheinlich bettern ist. Wahrscheinlich niemals ab ab das Tüß wird erträgen hat niemals die Älteren losgeladen und hat nie gegründet und das Tüß wird geplant hat. Das wird Tüß Und er sagt dem Herrn, wir sollen so aus dem Herrn gevollet werden. Und er sagt dem Herrn, wir sollen die Bibel lesen, wir sollen Gott lernen, wir sollen Jesus lernen, wir sollen Jesus lernen, damit wir wirklich erkennen, was Gott sein Plan ist, was ihm gevollet hat, wo er seine Gehorsam sein wird. Nach der Einheit von dieser Pfarrer sage ich, dass sie nicht verbattert werden, damit sie nicht blöd werden. Und das ist auch das Ding, was wir machen, und warum ich von dem gleich zu reden habe, wenn wir so viele Menschen sind, die sind blöd, zu der Oren. Wenn ich den Frauen sage, hast du Gemeinschaft mit den Oren, sage ich so, nein, mein Vater versteht mich nicht. Meine Mutter, die weiß nicht, wie ich das mache. Ich konnte niemals mich unterscheiden, die haben mich niemals gefragt, wie ich das mache. So, die sind blöd und so gut verbattert. So viele junge Väter, die sind verbattert über die Oren, und die werden mit dieser Batterniss erst in ihr abtraken. Und das geht bloß wieder, ich sage, als Generationenrat, wird er bloß wieder und wieder dreht. Die sind blöd und einander. Diese Seilische Gemeinschaft kann das nicht. Die sind bloß über die Kontrolle und Kontrolle zu sein. Und das ist das, was sie so viel machen hat. Wir brauchen, dass wir Kinder loslassen, und sie verantwortlich machen. Wie finden Sie auch in Epheser Kapitel 6. Kinder sieht die äldere Gehörsaam an dem Harn, so sich das gebeurt. Und das ist die Hauptsache, dass sie äldere Gehörsaam sind. Und das ist die äldere Gehörsaam sind. Und das ist die äldere Gehörsaam sind. Und das heißt, die äldere Gehörsaam sind. So ist Abraham da. Ich weiß nicht, wo sie ihn vorher gefeilt hat, wenn ich dort beschreibe Fingen, und wenn sie mich klar war, wenn sie ihn vorher als gottesfürchtig war, dann ist er dankbar, dass er so sehen kann, was wirklich Gott seine Stamm horcht und jinkt. Und das ist ein Ding, was wir mal klar haben. Die Hauptsache ist, was Gott gefolgt hat, was im Harn wertvoll ist. Die Beräubung, was Gott ans Vergemacht hat, dass die Arm vollen sollen. Nächste Sache ist, ihr, die Mama und die Vorder, wenn es dort ist, dass ihr Bautwortverhaltung habt. So diese Ia, und weißt du, an Gehörsam und an Ia, wenn wir das studieren, da finden wir zwei W, dass Gehörsam als Dollar geschrieben werden von jungen Kinder. Da muss man denken, junge Kinder, die sollen Gehörsam sein. Die sollen, dass Gehörsam leren, jung, dass sie Gott gehörsam sein werden. Aber dann, wenn Kinder immer switchen und sagen, Gott gehörsam, nur steht der andere, das wo er mit sei, die andere ihre tun. So, wenn sie die Älteren waren, ihre, mit Gehörsam sein und zu Gott, ab dort ist eine große Verhaltung. Wo es so von uns Menschen verdreht und sagen, wenn du nicht wirst, mich Gehörsam sein als Forder, und du gehst nur in einer anderen Wache, in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Darbe, in einer anderen Kalonie, dann wirst du nicht lange leben. Weißt du, wir können das verdrehen und machen dann ein großes Ding von, aber wie man das anhört, fingen, das meint, das sagt, alle wehe, aber zauß, am hart, soll wie sein. Am, dass die dort wat gaut gönnen, die was lang leben. So war, ah, mag wir checken, wort es die anhalt von lang leben? Wort es Gott sehen plan, dass wir lang leben sollen? Weil, wenn wir von Gott sehen leben reden, dann reden wir von das eibige Leben. Dort ist, wort es lang sein. Dort ist, wort es keine Tiet ist, wort es eibig ist. Und wenn wir in diesem Leben waren, die Älteren waren eher, mit dem, was die uns gelehrt haben, wort es, wie sind, wir sind eh Gehörsam gewassen, wir waren ever drehen und Gott Gehörsam sein, dann wort es lang leben, und uns wort es wohl gehen. Rätselt die Kinder nicht im Zorn. Und mein Gott, in vierer Pfarrer, in der Pfarrer saß, rätselt die Kinder nicht im Zorn. Erzieht sie in der Zucht und der Mahnung zum Herrn. Wahrer. Rätselt die Kinder nicht im Zorn, wenn du mit dir eine Idee, dir eine Errechte, und dir eine Selbstsucht versichst, Kinder abzutragen, das wort den Zorn rätseln. Wie fing es so viel, die Junges, die haben sich so furchtbar, die Eier hat über den Pfarrer, wenn es die Wut, die die Pfarrer an der Erde hat, wird sich acht, zehn Jahre werden, sondern haben viel. Bei acht, nehn, zehn, 20 Jahre, manchmal von Saas, da war die Junges so doll, die in den Pfarrer, und dann seien sie, nicht so noch. Dort kommt ein Kontroll-Gest, und dem Jung kriegt es so viel, sage ich manchmal. Da sind zwei Bales im Hacken, die werden sich immer ausfüllen, wenn es da ist, das ist, und das ist was, was in den Pfarrern sehr viel passiert. Die Pfarrer ist, wie die Jung, du wachst mit Hörgen, ich sie hier basen, auf mein Hörgen, bei der Jung so groß ist, dass er sich doch nicht gefalle laten sagt, nun schnoog, Papa, als du mich doodhielst, oder nicht, aber nun haben wir vorig. Dann back die Pfarrer ab, so ist Grote Bales. Da haben wir einmal die Grote Bales, alle, die ist schwager, dann das die Jüngere, ever nehmt dem. Und weet ihr, das ist so viel, und das ist was wir viel finden, bei uns. Das ist nicht Gatschenplan. Gatschenplan ist, dass wir die Kinder abträten, in der Ermahnung zum Herrn. Unsere Zichtung soll handeladen, dass die Ewa zwitschende Gat, und weitswort, ich als Vorder, und du als Vorder, wie soll ein Verbild sein, aus in Gat, zu uns Kind. Wie soll die Leib nehmen von Gat, in Wiese uns Kind tun. Wann ein Kind nicht gehörsam ist, dann soll meine gehörsamkeit Gatchen Ewa das Kind leeren. Da das Ewa zwitschende Kahn, nur den verhaufigen Leib und Gat, wo in die Axt sie, nicht steht in geraten Kontroll und seine Meinung durch zu holen. So ist der Vers, es, wo ich es schon mit von red, nicht bloß so es für Menschen will sein, nicht bloß als ein Dienst für Mensch, aber so sind Knach Christi noch Gott sein will. So ich versägt meine Kinder nicht bloß so ab zu treten, dass andere Menschen wollen wissen was ich alle tun, mein Junge die hocht. Nein, mein Ziel ist, mein Junge auf so weh auf zu treten, dass er ein bedrift kriegt, dass ich Gottes Leben und all mag finde. Das ist Ziel, dass Gott sein will und wird der für worden. Und das wird ich tun. Ich lade und denke, jeder Ding wird wie Kinder abtragen, oder die Kinder, jeder Ding wird eine Entscheidung melken, das ist so für den Haar. Nicht bloß für Menschen, das ist eben falsch. Kinder sieht die andere Gehorsam an dem Haar. Das sage ich nicht bloß sieht die andere Gehorsam was hast dich alt. Das sage ich sie die nicht alle Gehorsam an dem Haar. Das ist die Hauptsache. Das ist wirklich Gottes plan. Das ist alles was er tragen. Das wird das ganze Ding tun. Ihr Maam und Papa ist das erste Gebaut was eine Feindung hat. Und das ist wichtig. Wo ich meine Maam und Papa er ist. Ich habe das mit Kera so eine Ordnung Hohle als sie Tüß am das hadden. Doe ich dort mit Karak so nicht die Rutsch fahren als mein voer 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 wenn sie immer scherf gleicht und gläge ich noch scherf als das wie ich am er do. Oh Ich Und wir sind also so weit, dass wir große Kinder haben. Und wenn ich da mache, da hat es ganz anders, was wir da haben, als wir jung werden. Und wenn ich da anworte, dass wir Gottes werden. Das kleine Gratere Ehe, was passieren kann, an mir, als wenn ich anworte, die folge, das ist jetzt, an dem Harn, dort ist es, was mich verletzt. Dort sage ich, retz die Kinder nicht im Zorn. Jetzt hier noch einmal, für das, retz die Kinder nicht im Zorn. Erleicht das nicht zu sein. Aber sie sagt das Finger, wir haben gerade das Wort von unseren Plotischen Menschen. Die Forderung erkennt das nicht. Die doden den, was die Kinder zum Zorn retzendet. Und das hat die doden, dass sie aus einer selbstsucht den durchführen wollen. Sie dürfen gleich große Dallemäne sein, oder große Zuppe sein, wobei sie selbst eckig sind, und weil er eck, die Kinder durchführen, dort retz die Kinder zum Zorn. Wir haben so viel, weil sie kommen, wenn ihre eigenen Probleme haben. Die sagen, wenn ich mich nicht befreit hat. Aber ich will voet von Tü's. Ich will maid, unter dem Druck, was bei uns aller wehen. So stiefvaten, und sankendeiden, und streedendeiden, da wird ich maid von. Ich will voet. Nun sei ihm selbst gelacht. Nu habe ich bloß voet von Tü's, mit dem Jungen, wo ich von, an Begaser, dem Jungen, wo ich von, Hans befreit, und das ist so eckig, als es kann worden. Die feite ist bloß doppelt geworden. Weit ihr, in der Hafte, Däune, mit, wie an die Kinder, zum Zorn retzendet, in der Ermahnung zum Herrn. Das ist ein großer Unterschied. Ermahnung zum Herrn. Züchtet eure Kinder, in der Ermahnung zum Herrn. Struft. Ich kann sagen, Strufe, ich nicht hänge, ab so ein Wach, dort ihr dem Herrn fingen worden. Wollt ihr über den Strufen? Schuld und Angst an euch? Nein. Wir Strufen, dort ihr vertritt worden. Spreche ein Verschach. Du sagst es, Jehorche die Zucht des Vaters, Verlaas sie nicht, dass ihr Baut der Mutter baut. Hör ich dir mal. Jehorche die Züchtung. Das Wort Züchtung meint nicht bloß, man ruimen, dort meint, abtraken. Das ist was es meint. Wir doan ein Heiner Zücht, dann doan wir Heiner abtraken. Wir doan ein Feier abtraken. Und das ist ähnlich. Wir doan die abtraken an eine Ermahnung zum Herrn. Das ist was Sprecheel sagen. Was sagt das nie, je bunt von der Oren? Wann dort an dem Herrn passiert das. Hier war er, sage ich das nicht. Ein Sprecher redet bloß von, Jehorche die Zucht von den Vaters und verloh nicht das Gebaut von den Armen. So, dass wir ihm gesagt, das ist ein sehr wertvolles Ding, und wann das in der Zeit ist, ist das 100% jährlich. Aber ans Niehe Testament wird immer wahrer an dem Herrn. Nicht bloß für Menschen, was sie singen, aber wirklich, dass das an dem Herrn passiert. Das war das nie, gebunt, die er nicht. Spreche feier, fahr sein, Tjenga, horcht die Zucht von den Vaters, wenn es dort echt wo je klug war. So, wann die Vaters die abtrakt, weil, horcht er noch. Warum, wenn wir das nie, gebunt nehmen, dass ein ähnlicher Farscher sagt, so ist an dem Herrn. So, nur ein, was Jesus gekommen ist, mit wir klar haben, an sie, das Erratung, das Gemeinschaft, was immer wir das Namen haben, was Gott gebracht, auf der Jesus Christus, da ist das nun vollkommen, dass wir kennen, unsere Tjenga, äh, äh, leren an dem Herrn. Eerst, und so ist es auch mein Tjenga, Zolange es Jenga, unjär die Zart sind, wo mein Tjods, unjär die Ordnung von der Älre, dann sind sie wesselmöten unjär die Zart von der Älre. Zolange es die Döne sind, bräckte die, ver zu sein, joh. Ob er die Mat auf so ein Weig ver ist, dass es was immer switchen und ihm harnen. So, Gott, ich will hier ein bisschen stelhalten und gehen wir wieder.